Moin Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Oblivion! Wir sind Champion, der verhält das Geld geworden. Wir haben keinerlei Aufgaben mehr von Azan oder Burz. Aurin wurde zwar, wie ich... Mein Wissensstand ist rausgeschmissen, aber der wird uns sehen. Und? Vielleicht will er die Kriegergilde übernehmen. Kann ja sein. Oder er will uns zum neuen Master machen. Das wird uns bestimmt jetzt alles gleich erklären. Starten wir direkt rein. Okay. Willst du alleine machen? Sekunde mal. Wie kommen wir jetzt da drauf? Äh, Sekunde mal kurz. Ja, chill mal. Hör auf jetzt direkt wieder ein auf. Ich mach mega den Stress zu machen. Ja? Ich will mal das andere eben anklicken. So. Duties. These certainly won't be official duties. Fact is, you'll likely be expelled from the guild, if Valena gets wind of the fact that you're here. And I've already been expelled. Doesn't mean I'm done though. I'm taking down the Blackwood Company. And I want your help doing it. Das hab ich vergessen anzuklicken. Das heißt, ich klicke mal eben die anderen auch noch an. So macht's viel mehr Sinn. To bring them down, I need more information. Hatten wir schon? I want you to go there and capture Adel. Ja, hatten wir auch. He's the one in charge of this expansion. Thomas? It's good to be a Fighters Guild member. Don't you think? Ja, du bist kein Fighters Guild member mehr. Those Odel boys. Hatten wir auch gehört. Ja, hatten wir auch gehört. Alles klar. Gut. Ja, mach ich, mach ich. Alles gut, ja. Immer mit der Ruhe. So, wir sollen jetzt einen hochrangigen Leiter, Führer, was sollen wir uns nennen? Hochrangiges Mitglied von der Blackwood Company entführen. Und die sollen hier sein. So, jetzt will ich aber erstmal schauen. Ich bin ja jetzt ein Champion. Und mit steigendem Rang konnten ja immer mehr Leute mir was beibringen. Vielleicht, bevor ich jetzt Mist baue, gucke ich mal, ob mir jetzt vielleicht die wie Lena oder wie hieße? Biella? Wie Lena? Oh, Don'ton. Vielleicht können wir die mir ja noch was beibringen, bevor es irgendwann Beef gibt hier. Guten Tag. Hi. Guten Tag. Hallo. Was kannst du eigentlich? Was kann die eigentlich? Just do your job. Ja, halt's Maul, wie Lena. Diesmal bin ich nicht dagegen gerannt. Doch. Okay. War ich hier schon? Nein. War ich hier schon? Ja. Dann gehen wir nach Underpale Cave. Denn von dort aus ist es nicht mehr so weit. Underpale Cave. Let's go. Schülz. Ach, die ist das. Guck mal. Da muss ich auch noch einen irgendwann mal. jetzt gerade. Aber nicht. Was bist du? Ich sehe nix. Ich sehe nix. Sekunde, mich verfolgt was. Hä? Keine Ahnung. Ich sehe es nicht mehr. Ist im Unterholz verschwunden. Und an diesen zeckenverseuchten Büschen. Warum auch immer so viel unnormal hohes Gras hier wächst. Wobei das ist normal im Wald. Falls jemand von euch noch nie in einem wirklich großen Wald war, ist normal, dass das so hoch wächst. Ich muss jetzt nicht so einen Unfug erzählen hier. Hier in diesen, ähm... Ben. What is it, citizen? Ben. In so einem Park. Na, keine Ahnung. Irgendeinem Park von der Stadt aus. Da kommt immer wieder einer zur Grünpflege. Weil, ich könnte mir sonst nicht anders erklären, warum das Gras so kurz bleibt. Falls irgendwer von euch einen Garten hat, der wird's wissen. Schneid's mal. Im Sommer. Ein paar Monate nicht. Und lass es oft genug regnen, dass es genug Wasser hat. Da ist ein halben, halben Dschungel hinten im Garten, ey. Beim Mähen sagt man ja. Nicht schneiden. Das schneiden kannst du mit der Schere, wenn du Bock hast. Nimm lieber einen Rasenmäher. Wobei... Habe ich überhaupt schon mal bei uns Rasen gemäht? Überhaupt nicht. Ich habe es immer meinen Neffen machen lassen. Äh, ich speichere mal kurz, weil ich nicht weiß, ob die mich angreifen. Ich probiere es zuallererst mal mit Unsichtbarkeit. Ah, es ist richtig gut gelohnt hier. The Guard. Und noch eine Guard. Was passiert, wenn ich an denen vorbeischleiche? Ich schleiche einfach mal durch. Warum zum Henker sind die überhaupt in so einer Höhle hier? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Es sind doch übel die krassen, äh, äh, Baba-Leute. Warum verstecken die sich in der Höhle? Da stehe einer, die Welt. So. Ja. Und hier ein paar Filze. Ich gucke mal kurz, weil die sollte ich problemlos wegmachen können. Sollten sie aggro sein. Beide des Bowmans. Ja, sie greifen an. Wie ich's mir gedacht hab. Oh, cool, Draven. Aber nur Steel Arrow. Ein Zwergenbogen, aber Stahlpfeile. Wache, Leistung hier. Was tolles. So. Dann kann ich aber eigentlich nach vorne gehen und die anderen beiden auch noch wegknüppeln, oder? Nicht, dass es später richtig heftig wird. Ich muss ja sowieso jemanden entführen. Ich denke, das ist kontraproduktiv, wenn ich jetzt jemanden vorne stehen lasse. Ja, definitiv. Somit hatten wir jetzt entschieden, vorne die beiden Dullis wegzuklüppeln, äh, klöppeln. Beide bitte. Das nehme ich auch alles. Die machen wir schon mal auf. Okay. Okay, das Layout hab ich schon mal gesehen. Wo war das nochmal? Auf jeden Fall das Layout schon mal gesehen. Hm. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Irgendwo hab ich's auf jeden Fall schon mal gesehen. In einer anderen Cave. So, einmal vorbei. Okay. Wen killen wir zuerst? Ich würd sagen... Den. Nein! Kann mir das einer erklären, wie das funktioniert? Ich schieße ihn ab. Mach Sneak Damage. Und er schießt zurück. Ich schieße ihn wieder ab. Mach Sneak Damage. Wie klappt das? Weil der Sneak Skill so hoch ist? Das wäre jetzt auf jeden Fall meine Versuchung. Meine Versuchung. Meine Vermutung. Der sieht mich hier jetzt schon wieder? Überhaupt nicht. Rani, hier. Wo kommt ihr denn alle her? Ist ja wie so ein Monster-Spawner. So. Feierabend jetzt. Alle schlafen. Fusion of Protection. Oh, die ist heftig. Weil die Resist Normal Weapons von 11% hat. Shield wäre krasser noch. Aber die ist schon nicht schlecht. Wer damit. Nice. Junge, Junge, Junge. Glaub ich, darf ich gleich nochmal weg. Normal viel. Die hab ich ja gar nicht gesehen. Ist ja einfach so eine Seitentür. Tja. Gut, dass ich zurückgegangen bin. Was haben wir denn jetzt hier? Shield. Die Stingens. Das da. Und der anderen Chest hier. Ein Thema. Ich hab noch genug Platz zu tragen mit der hier. Ich bin jetzt nicht. Nein. Eh. Oh. Ja. 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 das hört sich schon schwer an okay was haben wir noch liegt die hälfte es hört sich nicht an wie metallwaffen dann schmeißen wir noch den bogen weg reicht das ganz ich brauche zwanzig gewicht weg gewicht eine draven kruschen wenn ich noch so ein blackwood shield mitnehmen und lässt sich einfach hier restore intelligence brauche ich sowieso sehr gut habe ich noch restore willpower erreicht irgendwo wie store willpower vielleicht komm schon das kann ja nicht sein ernst sein das ist nichts dabei sehr schön das muss jetzt reichen dann gehen wir mal schnell richtung battle horn castle battle porn castle battle porn castle smashen alles in in container smash ich das rein ich weiß in welchen container ich es rein smash ich glaube die schlüssel drin sind nachdem ich nachgeguckt habe ob ich auch von den draven zeug und alles habe beziehungsweise bevor ich das tue auch mir fällt etwas richtig gutes an deswegen habe ich auch so gute ideen die ballern wir jetzt alle durch schön armor skill so und zurück damit auch hier waren das auch auch hätte ich gar nicht mitnehmen müssen zuallererst einmal das wird nicht weggeschmissen davon will ich eins behalten muss bei den draven klamotten reingucken ich habe boots crucian und griefs das heißt ich bauntlets und helme die auf dem might würde ich behalten den wollte ich nachgucken ob ich den auch tragen kann äh hier ne einen von beiden nur aber ich kann beide tragen what the fuck beitragen und eine halskette dafür keinen umhang dann äh umhang kein äh hier ist das mein backpack mist ripped not bad so durcheinander gerade meine shrouded armor dankeschön so habe ich noch was in der tasche was ich reinpacken will das circlet kann ich da nämlich nicht tragen resist fire oh es wiegt nichts ich trage es weiter mit der rest ist rüstung der kommt und hier ins cupboard yay kann man direkt wieder los und die höhle weiter erkunden meine herren was war das jetzt menge stopp falsch war ne menge gewicht jetzt ne irgendwas habe ich noch was richtig schweres in der tasche aber was was ist denn so schwer hä hier so viel toll fett und junge wie liegt denn das so viel das ist ja richtig doof hm der kass increased schmeißen wir das alles noch da rein und dann dürfte auch das inventar wieder bei unter 90 sein oder ne ne irgendeinem grund nicht rund doch jetzt nichts unnormal schweres mit das habe ich übersehen leute lockpicks ich habe viel mehr lockpicks mit das ist es das ist es ich dachte schon ich wäre blind hier war ich jetzt auch kurz aber ich habe es ja noch gefunden so back to cave wir müssen da noch so einen kollegen entführen ich hätte mir gar nicht dass sie so dicke alligators sind irgendwie liegen die hier schon alle rum da muss wohl vor einer schon gewütet haben der war wohl richtig heftig hallo ich habe ich von denen noch eben die Sachen mit. Passt. Ich glaube, ich habe auch den anderen Chestkey schon gefunden, der für diese hier war. Nein, für die nächste Kiste hier vorne rechts war. War da aus durch. Noch nicht? Hä? Hä? Die Kiste hier von links war? Nein. Dann habe ich irgendwas verwechselt. So, ab hier war ich, glaube ich, auch noch nicht weitergelaufen, aber hier waren ja schon einige runtergerannt. Um vorn zu helfen. So, muss ich hier lang? Bin ich hier richtig? Ne, sieht falsch aus. Hm. Hm. Will ich schon wieder so viel Zeit vertrödeln? Deswegen beeile ich mich gerade auch ein wenig. Ich denke aber, vom allgemeinen Progress her... Ich will kurz die Fresse halten, ich muss hier gucken, ja? Hunger. Wobei, eine Skinning Knife kann ich mitnehmen. Ein Blacksmith Hammer kann ich mitnehmen. Die kann man, braucht man ja vielleicht fürs Schmieden. Was ist hier? Eine Orcish Boots? Hier, damit... Freue ich nicht. Purple Cave? Nein. Black Cave habe ich schon. Cave. Cape! Die nehmen wir mit. Alle. Hier. Die nehmen wir alle. Das sowieso. Das auch. Das nehmen wir mit. Das ist alles. Alles. Warte mal, was will ich nicht haben? Jetzt Take All machen. Ne, dann sind auch die Waffen mit drin. Scheiße hierzu. Dann Mensch Brauch. Komm ich auf genug Loading Capacity? Wenn ich hier die Reckowl und Large Backpack anziehe. Nein. Eine Feather Potion? Auch nicht. Gut, da muss ich doch noch wieder was zurückkriegen. ähm, nimm doch mal bitte ja, zu leicht. Levershield. Okay. Purple, da ist da. Ist immer noch. Ja. Ich pack einfach noch Lichter rein. So. Warum war da so viel drin? Ist hier der Save von denen? Da hinten sehe ich auf jeden Fall noch jemanden stehen. Das ist wahrscheinlich der letzte Dude, den ich finden muss. Das heißt, ich brauche jetzt noch nicht mal umdrehen. Das ist gut. Voila. Was ist immer noch? Witzig? Nein? Kutsch. So. What do you want? Get away from me. Fine. Fine. I'll come with you. My guards are dead. You win. For now. Ja. Jetzt habe ich gewonnen. Und weißt du was? Mal gewinn die anderen und mal verlierst du. Oder auch nicht. Wir haben leider auch jemanden verloren. Ich weiß nicht, ob es deine Schuld war. Wenn ja, gibt es eine Backpfeife. So. Wo muss ich lang? Jetzt auf die Karte gucken. Hier geht es nur ins Dead End. Das heißt, hier längs. Was haben wir denn hier? Hier rum. Okay. Habt ihr auch unten irgendwo eine Tür wohin? Nicht hier. Doch. Hier war die Tür. Ich bin ja ein Idiot. Lauf. Wir machen einen kurzen Stopp in meiner eigenen Burg. Und dann geht es weiter nach Orin. Zu Orin. Ich würde sagen, zu Orin. Zu Orin. Erst mal hier hin. Wenn wir jetzt Grey Fox in, äh, Troll reinlaufen, dann gibt es nur wieder Beef. Es macht jetzt auch voll Sinn, also aus dem Rollenspiel-Aspekt her, dass ich meinem Feind, meinem Feind, Habe ich nicht vor? Warum bist du so eine Pussy? Ähm, wie gesagt, dem Feind zeige, wo ich wohne. Und dass meine Wachen dann auch noch sich verhalten, wie die letzten Mimimis. Ganz tolles Tennis. So. So. Die packe ich da nicht rein, aber die hier. Äh, das dauert ja jetzt ein bisschen. Ich mache mal kurz Pause, weil ich sehe, wir haben da jetzt schon wieder 27 Minuten und ich wollte auf jeden Fall noch den zu Orin bringen und mir das anhören. Ich schalte euch wieder zu, wenn ich alles weggeräumt habe. Bis gleich. So, ich glaube, ich habe jetzt alles weggeräumt. So. Alles Unwichtiges weggeräumt. Dann können wir jetzt ab nach Orin. Und Kollege Schmalspur hier. Kommst du mit? Hallo? Junge. Du musst mal im Gemächern. Digga, beweg dich. Majum Kajin. Mal aushorchen. Gut, zu sehen. Bin ich auch. Diesmal weinst du wenigstens nicht, nur weil ich eine andere Maske trage. Eine andere Maske, einen anderen Helm, eine andere Kapuze, andere Mütze, wie man es auch nennen will. So. Was hat denn hier gerade? Okay. Irgendwas. Bullshit. Ich gehe ja schon. So, wir nehmen den Weg durch den Hintergarten. Ich finde es sehr schön, wie er da die Fackel hält. Das macht ja gut. So, hier gehen wir jetzt rein. Wir nehmen dich. Ja? Ein bekannter von mir. Und Schuhe abputzen. Du hast ihn. Mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Die Mannfreund sind ein Mörder. Deine Augen sind ein bisschen kaputt. Ja. Das sieht so dumm aus. Setz dich jetzt hin. Was? Wir machen, was es ist. Ich will nicht mit dir sprechen. Nein. Du hast dein Schmerz. Ja. Ich will. Nicht. Ich accepte. Ich habe nichts. Ich verstehe. Ich verstehe. Das ist einfach stu. Nicht jetzt. Nicht später. Nicht immer. Remarkable. What? Don't. Please. I'm sorry. Don't. Eh. Well done. That's just. Re. No. Not now. Not later. Not ever. Really. Interessant. Whatever you want. X can't do better than that. Was? Junge, dann bribe ich dich. Every little bit. Baby, ready. Hör jetzt auf mit dem Doppel. Der Doppelface die ganze Zeit. Perhaps you do understand. Perhaps I can help you. A little. We are over 100 strong now. We grow by the day. And 100. No. I will not betray him. I will not tell you. Das ist creepy mit dem Doppelface. Never. I would rather die. I will tell you nothing. Hä? You will pay for it. I shouldn't say anymore. But you have treated me so well. Perhaps I can trust you. Ach, man kann immer eine Frage stellen? Forgive me, my master. It is Rizikar. He leads us. And he will have your head. He will kill you all. Nothing more. I chose death. Long live the Blackwood Company. We are making progress. Oh, yeah. Ähm. Der zündet deinen Schrank ab. Der war schönes. Oh. Oh. Man. Fire damage and self. Lol. Das ist einfach ein Selbstmordring. Was? Okay. Damn. Killed himself. Must have had some sort of magic item we didn't notice. Ein Ring. You got some information out of him. Which is good. We can use it. Here. Take this. It might help you sometime. What if I hand to hand and speechcraft. I have one with what if I speed. Naja. Good work. We've got some work to do if we're going to stop the Blackwood Company. Schieß los. While the information we got from the Argonian was valuable. We need more. I want you to infiltrate them. See how they work from the inside. Ich sehe schon wie, ähm. Wie Lena. Abgemurkst wird, weil wir hier Scheiße bauen. Naja. I want you to get to Leowen and join the Blackwood Company. Find the secret of their success. You'll be on your own. Steer clear of me and all of your fighters' guild brothers. It'll be rough going. But you can do it. Tolles Tennis. Okay. Denkt nächste Folge wohl rüber nach Leowen. Und dann join wir die Blackwood Company. Ah. Das klappt. Mal sehen. Ja. Was zuschauen. Und. Guten Abend noch. Ciao.